Servus zusammen, mein Name ist Björn Kramer, ich bin 37 und aktuell Trainer bei der ersten Herrenmannschaft vom FSV Steinkirchen. Ich bin seit sechs Jahren im Trainergeschäft tätig und habe mir natürlich auch immer so meine Gedanken gemacht, zwecks Aus- oder Weiterbildung. Gehe ich zum Verband und mache dann offizielle Lizenz oder gibt es andere Möglichkeiten? Und so bin ich auf trainer.de gestoßen, die erste staatlich anerkannte Online-Ausbildung. Ich muss sagen, ein absoluter Game-Changer. Zum einen total flexibel, zum anderen die Inhalte Weltklasse. Tipps-Konzept habe ich das erste Mal gehört und hat mich komplett auf ein anderes Level gerufen. Gerade was die Trainingsgestaltung, Trainingsplanung, aber auch die Spielerbeurteilung angeht, kompletter Game-Changer. Das Tipps-Konzept macht Spieler besser und das ist das, was wir Trainer wollen. Und von daher kann ich es einfach nur empfehlen. Schaut euch mal die Seite an. Auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Macht weiter so. mir leaves aber alles gut rein. Ich nehme die Ereeee. movement abeim- mrkption. Bis zum nächsten Mal.